Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ziffer auf meinem Kanal. Ich hoffe euch geht's allen gut. Was machen wir heute? Na erstmal Frühstücken, das ist dann klar. Aber ich denke wir sechnen heute erstmal die neue Woll an. Und das hältst du dir davon mal so einen Ausguck zu bauen. So eine Mauer, so eine Plattform. Und dann möchtest du keine, ja ähm, so gehören Pfad von Bäumen zu Baum bauen. Also das möchtest du halt machen. Wir machen jetzt erstmal neue Cocktails. Weil die sind fast leer und alle sind fast voll. Also da müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten, dass das weniger wird. Dann sollten wir kurz zu den Fällen gehen. Und dann schauen wir mal. Also äh da ist der Topf. Ich habe es dann vermisst. Das ist nicht so gut. Ich habe es dann gerne gesehen. Aber das habe ich auch gelobt. Aber ich habe es dann gar nie gesehen. Aber das habe ich auch gelobt von 1. Aber egal. Ich glaube, es war bei einem ... ... und dann ist es bei Fein. Genau da haben wir es ja und das am liebsten wirst du da Höhlen hinbauen und da drüben und da drüben die Blattwurm und da drüben die Muster auch mal angehen. Aber jetzt gibt mir meine Osteine. Aber wenn die Höhlen wird nicht vergessen. Guck 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 Das was sollen... ...teilen. Weil ich brauche noch nichts. Es ist bei uns auch so, dass es dir weniger fängt am Gewissenspruchs und Ja, da ist kein Hirschen drin, cool, und das ist auch der kleine mein, ähm, was weiß das. Ich wollte gucken, ob die andere aus ist. Ja, die ist auch ausgelöst. Cool. Ich glaube, wir haben zwei Hirschen eingehalten. Weitereigen, wie auch immer. Dann muss ich sagen, Mama, dass es besser rüberkommt. Ohne, dass er die nackten Autor kommt. So. So. Jetzt wollen wir kurz das Walde hier schlagen und dann die Mauer anzuseichnen. So. 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 die Stücke wegnehmen. Das ist auch mal wieder lustig. Das Mutpaktor bei ihm ist nicht gegeben. Ich verstehe die Meter in den Mauer, wenn ich die Luft nicht weglebt. Ich könnte mir schlafen, welcher Mauer nicht zu können. Erweifulltrag finden, wo die Wahrheit im Erweiterin. Ich glaube, sie werden bei Felschlandkinder sein. 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 Wenn das dauert jetzt ein bisschen. Das machen wir einfach viel schneller. Bis gleich. Aber das war auch vorher loslassen. Ich glaube, sie werden bei der Felschlandkinder sein. Ich glaube, sie werden bei der Felschlandkinder sein. Ich glaube, sie werden über das Wettbewerbchen. Vielleicht sind da entscheidend. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wurf gewesen. Für den letzten Thema auf. So, aber hier gibt es nicht mehr drin. So, aber hier gibt es nicht mehr drin. So, hier gibt es ein paar Wurf. Vielen Dank. So, die ersten Stimme stehen. Es wird jetzt noch mal ein kleines Geld machen. Aber wir machen aufsgehen. Noch einen Baum haben wir ja noch. Jetzt fügen wir noch einen. Und dann würde ich sagen, guck ich mir in die neue Volker rein. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich... Moment, wir wollen ja noch etwas anzeichnen. Dann machen wir noch ein Geschwind. Da kommt es an. Und dann... Niederlade... Ah... Takkeste. Untertitelung des ZDF, 2020 Sorry, I got to pick up games. Das war die Plattformnehmer, genau das war ich das. Da kann man ja von oben herunterschießen und dann ein bisschen angestiegen. Und von so einer Hochplatte kann man in den Milchbaum einen Übergang machen und so weiter, wenn man in der Höhe ist ja nicht. Aber jetzt abschieben wir zu diesem Klag. Bleib gesund, pass auf, schau, das sehen wir uns in der nächsten Phase. Und der Rest mache das aufstehen.